Ja, meine Freunde, willkommen zurück hier beim Let's Play von Tim und Struppi, das Geheimnis der Einhorn. Und ich würde mal sagen, wir waren hier beim Schloss Mühlenhof in der letzten Folge stehen geblieben und mussten da irgendwie durch den Keller kriechen und so. Und das würde ich sagen, setzen wir jetzt mal fort, indem wir X drücken. Moment, hier, nimm das Pegament, Struppi. Wenn es ernst wird, suchen sie nicht bei dir. Okay, war ja sehr kurz, das Gespräch. Und wir haben wieder den Autoladebildschirm. Okay, was dürfen wir jetzt machen? Hier, Waterkriegen. Oh, jetzt fällt er da runter. Ist ja auch irgendwie unlogisch, dass dem dabei nichts passiert ist. Aber egal. Okay, hier müssen wir jetzt runter. So, und Xen. Und hier auch wieder hoch. Aber warte, holen wir uns eben noch die Schatztruhe hier. Eine Krabber. Zwei von 15. Oh, jetzt bin ich hier wieder runtergefallen, aber ist ja egal. Okay, und jetzt kommt es dann... Ich weiß nicht, ob es schon zum ersten Kampf kommt. Ich habe es nicht mehr so genau in Erinnerung. Ja, wir müssen kämpfen. Können wir hier nicht hoch? Was ist denn das? Na doch. Geht, ja. Nicht mal sofort aufregen. Was haben wir da? Hier geht es wohl nicht weiter, oder? Doch, wir kommen da hoch. Und... Gute Nacht. Schlaf schön. Jetzt hier hoch. Na komm, geh doch hier hoch. Mensch, Tim geht ja gar nicht. Oh. So. Weiter geht's. Oh, da haben wir zwei auf einen Schlag erledigt. Perfekt. Jetzt kommt der Dicke hier noch. So. Kann man hier noch her? Irgendwie? Nee. Weil da waren gerade so Tische und Stühle. Da dachte ich, wir holen uns ja so ein Gesundheitspaket. Drücke X, um dich abzuräumen, okay? Gut zu wissen. Sonst sind wir ja immer da runtergeflogen. Aber konnte ich ja nicht wissen. Hier geht's nicht weiter, okay. Hätte es ja sein können, dass man hier noch hergehen kann. Man weiß ja nie. Besser ausprobieren, als... Irgendwie dann nachher was falsch zu machen. So, und jetzt wieder... Viereck ist auch ein bisschen doof gemacht, finde ich. Ist nicht so leicht zu verstehen. Manchmal lässt man da... Ja, zwei und dann wieder Viereck. So, hier geht's jetzt aber weiter. Ja, jetzt hier hoch. Jetzt mach nochmal schneller, Tim. Okay, für ein Schleich. Angriff drücke R2. Das haben wir gemacht. Erfolgreich. Okay, und jetzt fahren wir hier runter. Um den Griff zu packen. Bewege dich. Oh. Da renne ich ohne die Karre hier los. Achso, dann... Bleibt das Dings da. Okay. Ein bisschen doof finde ich, dass das hier gerade alles so ein bisschen 2D ist. Also man nur entweder nach links oder rechts gehen kann. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. So, komm. Die sehen alle irgendwie gleich aus, oder? Naja. Oh. So, dann gehen wir mal hoch. Und nochmal. Okay, die hätten wir erledigt. Fürs Erste. Und da ist der Nächste. Von dem boxen wir hier runter und dann ist gut. Hier können wir auch nicht her... Das ist alles nur 2D, wie es aussieht. So, und eine Etage höher. Oh. Ja, komm. Gucken wir nochmal, da war eine Schatztruhe. Und warum sollten wir die denn nicht mitnehmen? Jetzt da oben dran will ich doch. Mann. Warte, wie ging das denn nochmal? Ach, egal. Komm. So, hier haben wir noch 2 Experten. Der hat natürlich nichts gemerkt, ist klar. Und hinter ihm wird einer zusammengeschlagen. Ist klar. Gucken wir mal... Ah, eine Schatztruhe wieder. So, jetzt weiß ich aber jetzt. Hier. Viereck. Und die 4. Krabbe. Wir machen uns mal wieder auf den Weg nach oben. Ach, Mann. Was ist los, Snoke? Toll, wo müssen wir denn jetzt her? Ich sag bloß, wir müssen hier wieder hoch. Aber das wäre unlogisch. Aber, na gut. Komm, gucken wir mal. Aber wir müssen da doch irgendwie drankommen. Ja, toll. Ah, geht doch. Hier müssen wir her. Hoffentlich. Das sieht gut aus. Ah. Und jetzt dann, wie es aussieht, hier runter. Auch cool. Wir gehen hier rein und kommen hier wieder raus. Perfekt. Wir müssen hier weiter, wie es aussieht. Hier geht's nicht weiter. Also hier. Die Kameraperspektive finde ich gerade so ein bisschen blöd, aber komme ich schon mit zurecht. Ah. Und es wird gespeichert. Okay, Schloss Mühlenhof. Weiter geht's. Weiter geht's. Was haben wir hier? Was in aller Welt ist das? Ja, zwei. Ach so, hier kann man die Flugbahn ändern. Das ist ja auch cool gemacht. Dann können wir jetzt... Komm, hierher gehen. Dann müsste sich hier jetzt was in Bewegung setzen, wo wir dann hier jetzt vielleicht drauf springen. Nee. Und hoch. So, jetzt hier drauf. Ach Mist, jetzt sind wir wieder hier am Anfang. Aber egal. Und hoch da. Mann, ich muss irgendwie gucken, dass ich da jetzt, ja, irgendwie was anderes mache. Ach, Mann, ich bin nicht konzentriert. So, ja, warten wir auf das nächste Rad und dann gehen wir hoch und rüber. So, hoch. Und weiter geht's. Jetzt geh ich einfach mal hier drauf und holen wir uns die Schatztruhe. Die fünfte Krabbe müsste das dann sein. Ja, so ist es. So, jetzt würde ich gerne mal hier runterfallen irgendwie. Ja. Jetzt ist das selbst benommen. Mann. Ich dachte, das wäre extra, aber wir müssen irgendwie... Ach so, hier hoch. Hab ich ja nicht gesehen. Ach so, ich kann auch in das Fest steigen. Perfekt. Auch gut. Und der andere merkt mal, wie da nichts ist. Klar. Ja. Ich würde auch nichts merken, wenn hinter mir einer geschlagen wird. Hier geht's dann weiter und jetzt hier hoch und dann haben wir wieder hier so ein Teil, womit wir schlagen können. Nur wohin? Ach, nach da vorne? Bam. Und da dreht es sich. Wir müssen noch einen höher und zwar hier die Later nehmen und dann drücke ich schneller, um zu klettern. Ach so, und dann... Ja, ist ja logisch. Aber finde ich auch gut, dass das Spiel sich so leicht von selbst erklärt. Dass man da keine großen Vorkenntnisse irgendwie braucht oder die ganze Zeit im Handbuch blättern muss. Das ist gut. Weiter geht es. Das machen sie jetzt aber auch gerne hier mit den... Dingern, da den Wurf geschossen. Oh, Achtung, Tim. Achtung. Ach so, ich hätte wegrennen müssen. Okay. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Okay. Jetzt weiß ich, was zu tun ist. Jetzt rennen, komm. Okay, und jetzt? Ach so, jetzt können wir einfach hier weiterlaufen. Okay. Hier rein vielleicht? Nee, geht nicht. So, jetzt müssen wir hier hochkommen. Beziehungsweise erstmal hier versuchen, hochzukommen. Ja, das schaffen wir. So, und jetzt hier oben. So, und jetzt nach links. Und nochmal hoch. Und wir haben wieder Schloss Mühlenhof. Es wird gespeichert. Ja, und ich würde behaupten, das war es dann auch für die Folge. Wir nehmen jetzt schöne 14 Minuten auf. Beziehungsweise jetzt bei Outer City. Ja, und ich würde sagen, wir machen weiter. Und zwar in der nächsten Folge von Let's Play Tim und Struppi. Okay, möchtest du wirklich beenden? Ja, wollen wir gerade Wurte gespeichert. Hoffentlich. Ja, aber denke ich schon. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es geht dann übermorgen. Nee, übermorgen kommt dann wieder FIFA. Dann geht es irgendwann wieder weiter. Dann werde ich wahrscheinlich auch wieder zurück sein. Und dann spielen wir auch das WM-Spiel 2014 FIFA World Cup Brazil 2014, wie ihr es eben wollt. Ist ja auch egal. Ja, bis dahin, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und tschüss. Ja, meine Freunde, das war die zweite Folge von Let's Play Tim und Struppi, das Geheimnis der Einhorn. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Mich hat jetzt ein bisschen die 3D, äh, nicht 3D, sondern die 2D-Grafik hat mich jetzt ein bisschen irritiert. Da muss ich mich noch einfinden, aber ich würde mal sagen, Übung macht den Meister. Das wird schon noch. Ja, und ansonsten ist es doch recht spannend. Na gut, so spannend war es jetzt nun doch nicht in der Folge. Aber wir haben schon ein bisschen was erlebt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Übermorgen geht es ja mit FIFA weiter. Bis dahin. Tschüss.